Hi, ich bin David und im heutigen Video möchte ich dir ganz kurz zeigen, wie du super schnell und einfach auf unserer Webseite oder mit dem Handy passenden Ghost White Toner für deinen Drucker finden kannst. Bei Ghost White Toner haben wir super viele verschiedene Drucker, die wir unterstützen. Wir machen weißen Toner, damit du in White oder in Weiß drucken kannst und das nicht nur auf Papier, wie zum Beispiel schöne farbige Kraftpapiere, Designpapiere oder Bastelpapiere, sondern auch auf Transferpapiere, um zum Beispiel Textilien, Tassen und jede Menge andere Untergründe mit deinen coolen Ideen und Designs zu personalisieren. Außerdem haben wir auch Neon Toner und Sublimationstoner. Neon Toner drucken in vielen verschiedenen Neon Farben und leuchten sogar unter Schwarzlicht und unsere Sublimationstoner lassen sich ganz einfach nur mit Hilfe von Kopierpapier auf Polyester Textilien transferieren. Aber jetzt zeige ich dir erstmal kurz am PC, wie man am einfachsten einen weißen oder einen anderen Toner für seinen Drucker finden kann. Wie du siehst, bin ich auf der Ghost White Toner Webseite. Ich stelle mal die Sprache eben schnell hier oben auf Deutsch oben, dann ist es für uns hier etwas einfacher. Die Ghost White Toner Webseite gibt dir super viele Informationen über White Toner, Sublimationstoner und unsere Produkte und so weiter. Wenn du hier ein bisschen nach unten scrollst, siehst du erst unsere Drucker Bundles und dann verschiedene sehr beliebte White Toner. Das kann aber bedeuten, dass dein Drucker noch nicht dabei ist. Am einfachsten nutzt du unseren Ghost Toner Finder. Dazu kannst du hier die Marke deines Druckers auswählen, zum Beispiel Canon oder HP. Ich wähle jetzt hier als Beispiel mal HP aus. Dann lädt der Toner Finder alle HP Drucker in dieses zweite Tab hier. Hier kannst du jetzt nach deinem Drucker suchen. Dazu reicht es auch, wenn du einfach zum Beispiel deinen Drucker eintippst. Der Toner Finder zeigt dir dann alle Optionen. Bei Klick auf einen der Drucker wird automatisch eine Seite aufgerufen, auf dem dir ein Bild deines Druckers und sämtliche verfügbaren Toner angezeigt werden. Auch welche, die im Angebot sind, wie hier zum Beispiel unser White Toner für den M254. Dazu gibt es natürlich die passenden Farbtoner oder unsere Transferfolien. Außerdem gibt es auch Neon Toner für diesen Drucker, wie hier zum Beispiel den Neon Cyan Toner, Neon Magenta und Neon Yellow Toner. Auch für diesen Drucker gibt es die Sublimationstoner zum Druck auf sublimationsfreundliche Polyester-Sachen, wie zum Beispiel T-Shirts oder Tassen. Diese gibt es auch in den Farben Cyan, Magenta und Yellow. Dazu gibt es natürlich auch noch diverse Toner-Sets, die dir leichte Preisvorteile gegenüber dem Einzelkauf bieten. Wie du siehst, kriegst du hier auf einer Seite sämtliche Toner angezeigt, die in deinen Drucker reinpassen. Das ist eigentlich eine super praktische Sache. Gleichzeitig kannst du, wenn du zurück zur Startseite gehst und wieder bis zum Toner-Finder runter scrollst, auch einfach direkt hier in das Suchfeld deinen Drucker-Typen eingeben. Ich gebe jetzt einfach mal LBP ein und gucke mal, was kommt. Wie du siehst, klappt eine Liste mit sämtlichen Druckern, wo LBP drin vorkommt, aus. Tippen wir mal 654 dazu, vielleicht finden wir dann mehr. Und tatsächlich, wir finden nur die zwei 654-Varianten, die von uns unterstützt werden. Ein Klick darauf bringt dich zur gleichen Seite und zeigt dir alle passenden Toner für den 654. Auch hier gibt es Weiß, Zia Magenta Yellow und Neon sowie Sublimationstoner. Nicht alle unsere Drucker unterstützen die Neon und die Sublimationstoner, aber einige tun es doch. Wenn du Fragen hast oder Hilfe brauchst, kannst du einfach auf mail.ghostwidetoner.com eine E-Mail schreiben oder uns einfach direkt anrufen. So einfach ist es, auf unserer Webseite passenden Toner für deinen Drucker zu finden. Aber nicht nur auf der Webseite, sondern auch auf dem Handy geht es super einfach. Wir haben nämlich eine App, die es sowohl für iOS-Geräte als auch für Android-Geräte gibt. Dazu öffnest du einfach den jeweiligen App Store auf deinem Handy. Ich mache das jetzt mal gerade hier und gibst bei der Suche Ghostwide Toner ein. Dann wird dir automatisch unsere Ghostwide Toner App angezeigt und du kannst sogar schon ein paar Vorschaubilder von der App sehen. Ich habe die App natürlich schon bei mir auf dem Handy installiert und öffne sie jetzt einfach mal für euch. Wie du siehst, kannst du hier durch die verschiedenen Kategorien surfen und bekommst sogar einen Rabatt über die App. Wenn du nach oben scrollst, findest du direkt unseren Toner Finder. Hier brauchst du nur dein Druckermodell eingeben. Ich gebe jetzt einmal ein M254. Der Toner Finder sucht mir die passenden Drucker raus und ich brauche dann nur auf einen Drucker zu klicken. Schon werden mir alle passenden Toner angezeigt und auch dazu passende Transfermedien, die ich für diesen Drucker habe. In der App kannst du außerdem dich in dein Kundenkonto einloggen und kannst deine alten Bestellungen sehen. Du kannst durch den Warenkorb gehen und kannst verschiedene Inhalte durchsuchen. Wir haben außerdem eine Kategorie Videos, in dem dir alle unsere Videos angezeigt werden. Du kannst so einfach durch verschiedene Videos browsen und unseren Kanal erkunden. Egal ob auf dem Handy oder am Computer oder auf dem Tablet mit www.ghost-white-toner.com ist es super einfach den passenden Weißtoner für deine Drucker zu finden. Und natürlich darüber hinaus viele Inspirationen zu Transfermedien, Transferdruck und kreativen Druckverfahren mit Weiß zu finden. Als Zahlungsarten bieten wir dir an, per Banküberweisung, Kreditkarte, Klana, Paypal und Amazon Pay zu bezahlen. Die verschiedenen Checkout-Optionen findest du jeweils auf der letzten Seite des Warenkorbs. Wir versenden unsere Toner in die ganze Welt. Du kannst einfach dein Land im Checkout-Prozess wählen und dir werden automatisch die günstigen Versandkosten bei Ghost-White-Toner angezeigt. Innerhalb von Deutschlands versenden wir sogar frei Haus. Ich sage danke fürs Zuschauen und wünsche dir noch einen schönen Tag.